Hier ist es zum Glück, ne? Hä? Was? Wie kommt... Ihr habt sicherlich schon von meinem Merch mitbekommen. Er ist limitiert auf 100 Stück und es sind auf jeden Fall schon eine gute Menge über der Hälfte weg. Ihr habt jetzt noch die Chance, euch was zu holen auf beats-shop.de. Entweder ein T-Shirt mit Tasse und handsignierter Autogrammkarte oder ein Hoodie mit einer Beatz-Tasse und einer handsignierten Autogrammkarte. Unterstützt mich, beats-shop.de. Viel Spaß. Hallöchen, meine lieben Pikachus. Was geht ab, euer Beatz heißt euch herzlich willkommen zu einem weiteren Zuschauer-Trap-King-Video. Heute wieder viele coole Plots am Start. Freunde, seid gespannt. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, um nichts weiteres zu verpassen. Auch gerne einfach mal abonnieren, kostenlos diesen Kanal natürlich. Würde mich freuen und unterstützen. Jetzt geht's los. Viel Spaß. Wir sind hier direkt auf dem ersten Plot vom lieben Bye-Landi bzw. Landilos. Und er wünscht nochmal viel Spaß und viel Glück. Zwei Sachen, falls ihr auch mal so einen Plot bauen wollt für mich, dann müsst ihr eins machen. Auch mein Discord-Server kommt, der ist in der Beschreibung verlinkt. Da wird dann ab und zu von Consti mal gepostet, falls es wieder so Aktionen gibt. Und zweite Sache von meinem Merch. Ich hätte es nicht gedacht, da sind wirklich richtig viele Sachen weggegangen. Und ich habe am Anfang ja gesagt, ich weiß nicht wie viel. Aber es sind noch knapp 20, 25 Sachen übrig. Also, falls ihr jetzt nochmal was haben wollt, schnell sein. Ich weiß nicht, wie lange es noch bleibt. Beats-shop.de ist auch in der Beschreibung verlinkt. Würde mich unterstützen. Und ja, sind coole, freshe T-Shirts und Hoodies am Start, liebe Freunde. Okay, ich würde einfach mal sagen, wir legen los. Ein kleiner Tipp steht hier auch, suche auch Secrets. Es gibt auch ein Ende. Die Lösung befindet sich hinten im kleinen Haus. Okay, alles klar. Doppeltes Drücken von Hebeln ist verboten. Hier steht Ende, aber ich komme hier nicht hin. Das ist kritisch. So, wir laufen einfach mal hier durch. Und ich bin nicht gestorben, was mich gerade ein bisschen wundert. Kann man hier irgendwie einmal durch? Nee. Okay, dann springe ich mal hier rein. Eventuell ist da ja irgendwie... Ah, okay, da war der erste Twoll am Start. Hier ist ein Glasblock hinter. Okay, jetzt sind wir auch wieder richtig gespawnt. Und dann würde ich einfach mal sagen, gehen wir durchs Haus. Ich dachte kurz, da wäre irgendwas. Aha, da fließende Lava. Ich habe aber hier den... Es war... Ja... Ja, ich wusste ja, dass es kommt. Es war so halb-halb. Also eigentlich war es ganz gut von der Position her, muss ich sagen. Aber ich habe trotzdem dadurch, dass du relativ früh die Türe öffnest, früh gesehen, dass da Druckplatten sind. Also was ist, wenn ich hier außen sneaker, dann drücke ich die Druckplatten nicht. Na ja, jawohl. Okay, klappt. Obwohl, ich will eine Sache noch gerne mal ausprobieren. Ist das Zufall oder... Nee. Ich habe es richtig gesehen. Ich habe es wirklich... Ich bin schon im Ziel, als ob... Hier noch was, um die anderen Plots zu überleben. Ich hoffe, du hattest Spaß. Viel Glück noch bei allen anderen Plots. Liebe Grüße, Landi. Okay, die Sachen... Dankeschön für die Sachen, aber die brauche ich oder darf ich nicht nehmen, weil es ist sonst unfair für die anderen Plots. Wir probieren aber noch eine Sache aus. Was passiert denn? Ich glaube nämlich, ich bin noch gar nicht... Also, wenn das... Oh, das war jetzt fail. Wieso steht denn hinter mir dann auf dem Schild Ende? Das verstehe ich noch nicht ganz. Aber ich will gucken, was da noch kommt. Da wäre bestimmt noch irgendwas gekommen. So, Moment. Hier hinter... Auch diesmal nö. Okay, schade. Hier hinter war nix. Was passiert hier? Ah, ich komme nicht mehr zurück. Okay, 50-50. Okay, das war schlecht. Das war gut. Und leider Slashkill. Oh, nicht ganz. Was steht hier drin? Moin Beats, Glückwunsch, wenn du es bis hierhin geschafft hast. Hier ist aber noch nicht das Ende. Für einen weiteren Tipp einfach umblättern. Tipp, suche nach Sachen, die nicht überall gleich aussehen. Okay, habe ich schon gefunden. Feier deine Minus, by the way. Mega. Okay, das haben wir schon gesehen. Ich würde sagen, wir haben diesen Plot erfolgreich bestanden, oder? Oder was sagt ihr? Doch, haben wir. Nächster Plot von Tim KSC. Ich meine, wir hatten sogar schon mal einen Plot von ihm, oder? Kann es sein, dass er mehrere Plots gebaut hat? Ich weiß es nicht. Wir legen auf jeden Fall direkt mal los. So, wir haben hier Türen. Okay. Aha. Okay, da war ich zu vorellig und zu schnell. Gut zu wissen, gut zu wissen. Kann man gut auch mal verwenden. Also das Ding ist, Leute, man hat viele gleiche Fallen. Aber man kann viele gleiche Fallen. Auch anders aufbauen, anders einbauen. Und so denkst du, okay, hier passiert nichts. Und hier passiert dann auch nichts. Aber es passiert dann irgendwann mal was. Das ist immer ganz cool, muss ich sagen. So, jetzt haben wir hier eine Lore. Die kann ich wieder nicht platzieren, weil ich im falschen Game Mode bin. So, zack. Reinsetzen und den Knopf drücken. Dann fahre ich jetzt hier einmal durch. Okay, und hier durch. Und dann kann ich... Mega gut. Mega gute Falle. Was zur Hölle. Als ob. Sehe nur ich das so, oder ist die Falle wirklich genial, Leute? Äh. Also no joke. Die ist richtig gut. So, Moment mal. Jetzt hat es geklappt, weil ich frühzeitig ausgestiegen bin. Aber das muss man echt mal machen. Man kommt an, steigt aus. Und dann ist da Keys mit TNT, glaube ich, drunter. Oder keine Ahnung, was da war. Und dann eine Druckplatte drauf. Richtig gut, wirklich. Die, also David, das kannst du auch irgendwie beim ersten Mal. Nur wenn du es weißt, kannst du dem ausweichen. Richtig gut gemacht, wirklich. Die ist heftig. Die Falle ist richtig cool. So, du hast es geschafft. Ach, als ob. Okay, nice. Ich habe es geschafft hier unten. Was ist denn hier unten? Ach, hier ist gar nichts mehr. Okay, alles klar. Dann haben wir es geschafft. Sehr nice. Nächster Plot. Ich habe jetzt keinen Namen hier. Hier steht aber Hallo Beats. Ich hoffe, du hast Spaß und wirst oft sterben. Mensch, wie kann man denn hoffen, dass ich oft sterbe? Nein, ist natürlich vollkommen okay. Ich laufe mal nicht hinter die Map. Ist natürlich vollkommen okay bei so Trap-Maps. Oh, das sieht auch cool aus. Hier so eingesperrt in Kabuff. Hä, soll man hier überhaupt reingehen? Oder? Ich gehe einfach mal hier rein. Das sieht nämlich richtig aus. Okay, ich komme nicht mehr raus. Das ist schon mal Fakt. So, hier drunter. Komme ich irgendwie hier drunter? Ne, aber hier hoch komme ich. Aber dann war es das auch schon wieder. Gut, haben wir hier irgendwas versteckt? Ich sehe nichts. Achso, warte mal. Vielleicht kann ich hier durch. Ja, okay. Durch Schnee runter hier und dann bin ich hier unten. Alles klar. Das scheint aber komplett wasted und unnötig zu sein, weil hier einfach gar nichts ist. Okay, dann klettern wir mal wieder hoch. Ah, da ist ein Knopf. Oh, wo ist die Tür aufgegangen? Ich habe keinen Plan. Vielleicht hier hinter? Ah, jetzt verstehe ich es. Und jetzt komme ich hier raus. Und dann, ach, okay, okay. Okay, das war so eine kleine, kleine Sache. Okay, aber auch cool von der Idee. Man ist eingesperrt und muss, oder kann trotzdem einen Weg rausfinden, indem man hier so einen versteckten Button findet. Ist keine direkte Falle an sich. Aber finde ich trotzdem cool gemacht. Finde ich trotzdem cool gemacht, muss ich sagen. Hat mir trotzdem gefallen. Nächster Plot. Hallo, mein Name ist Nikolaus oder in Minecraft Orange Zockt Fan. Ich wünsche dir viel Spaß und viel Glück. Kenne ich natürlich. Und ja, wir legen einfach mal direkt los. Okay, also irgendwie kommt mir das so ein bisschen... Bin ich so groß oder ist die Decke so hoch? Lol. Okay. Ähm. Hier ist zum Glück nichts. Hä? Was? Wie komme ich... Ähm. Was? Ich bin doch sechsmal rüber gelaufen und da war nix. Hä? Ist da so eine Verzögerung drin? Da ist eine mega Verzögerung drin. Aber richtig gut. Also wenn ich jetzt hier durchlaufe, passiert nicht... Oh, nein. Ey, Orange zockt wirklich. Also, hä, 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 äh, gefällt mir mega. Mein Spawnpoint hat leider nicht geklappt, weil ich auf einem Half-Slap gesetzt habe. Aber so sieht die Map aus. Also hier sind wirklich viele, viele coole Sachen. So, jetzt muss ich hier nochmal irgendwie durchrennen und dann zur Seite raus. Okay, und dann kann ich hier meinen Spawnpoint setzen. Also da ist eine mega Verzögerung drin. So, jetzt komme ich hier durch die Tür auf jeden Fall nicht. Ne? Muss ich jetzt hier außen rumlaufen? Ist das gewollt? Keine Ahnung. Ich mache es jetzt einfach mal so. So, ich hoffe, äh, hä, 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 hä. Gut gehofft, Beats. Okay, jetzt haben wir es geschafft. So, jetzt sind wir hier drin und es gibt anscheinend vier Löcher. Oder drei, ne, vier. Vier Löcher. Ich nehme mal hinten links als erstes. Mal schauen. Irgendwas ist da passiert. Ich bin runtergeflogen und irgendwas ist da passiert. Ich weiß leider nicht, was. So, schaue ich jetzt das nochmal? Okay, natürlich nicht. Okay, jetzt versuchen wir mal links. Äh, die vordere Seite. Wieder nicht. Okay, okay, okay. Okay, dann rechts vorne. Oder was machen wir diesmal? Ich mache mal rechts hinten. Jumpen wir einfach mal rein. Und es ist wieder nicht richtig. Alles klar, dann bleibt nur noch rechts hinten übrig. Also, wie immer, das letzte nehmen. Aber das muss es jetzt sein. Ne, hä? Hä? Irgendwas hat sich bewegt. Ich habe nicht, ich habe keinen Plan was. Aber anscheinend war das richtig. So, und jetzt? Irgendwas, irgendwas geht auf? Ne. Jetzt nicht mehr. Aber ich habe eine Redstone-Fackel in der Hand. Warum zur Hölle habe ich eine Redstone-Fackel in der Hand? Okay, ich bin überfragt. Ich weiß es nicht. Also, ich glaube, dadurch, dass die Redstone-Fackel jetzt weg ist, klappt auch dieses, äh, dieses Ding hier nicht mehr. Aber ich habe gesehen, hier soll eine Tür aufgehen. Also, ihr seht zum Beispiel jetzt nur zur Veranschaulöchung. Ich glaube, das heißt jetzt irgendwie, ne, ich habe eine Redstone-Fackel. Keine Ahnung. Das ist wahrscheinlich ein bisschen kaputt gegangen. Hier sollte eine Tür aufgehen, damit ihr Bescheid wisst. Deswegen laufe ich einfach mal hier durch. Und, ja, na gut. Das habe ich jetzt gesehen. Das Problem ist halt, dass man Löcher lassen muss. Das ist das große Problem bei diesen, ähm, ja, Trap-Fäden oder Seilen oder wie auch immer. Aber mal schauen, was passiert. Ich weiß es gar nicht. Was passiert hier? Ach, doch, das ist sogar richtig. Ah, okay. Okay, da hat er mich doch getrappt. Und jetzt bin ich hier im Ziel, nehme ich an. Du hast leider noch nicht gewonnen. Okay. Warum nicht? Äh, Button? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Als ob ich da sogar nochmal runterfalle. Gut. Dann nochmal hier runter. Moment. Dann schauen wir gleich mal direkt. Hier irgendwo ist da noch bestimmt was hinter. Moment. Okay, wo war jetzt das? Das war hier. Okay, man kann hier rüberspringen. Ansonsten ist hier, glaube ich, nichts. Ne, ne, nur die eine Seite. Gut. Dann springen wir mal rüber. Okay, hat jetzt nicht so gut geklappt. Jetzt aber. Jawohl. Okay, sehr nice. Und, äh, jetzt war hier wieder eine Drückplatte. Hi steht hier. Ich denke mal, hier wird wieder was aufgehen. Ähm. Hallo? Wieso nicht? Also, ich hoffe mal, ich bin am Ziel. Ich nehme an, ich bin im Ziel. Falls nicht, verbessert mich. Das war's für's heutige Video. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert kostenlos. Schaut bei beats-shop.de vorbei. Gönnt euch was von meinem Merch. Lange es noch da ist. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ja, ela ist doch hier. Dann weiter. Oh, ja, das ist schon da, ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017